Modul 1, Lektion 3, Aufgabe 5 Hört euch die Dialoge an und variiert sie dann nach dem Muster. Ich soll allein mit dem Bus nach Sarajevo fahren. Was soll ich machen? Du sollst eine Karte kaufen. Modul 1, Fertigkeitstraining, Aufgabe 3 Lies die Aufgaben, hör dann die Voicemails zweimal ab und markiere die richtige Antwort. Hallo Mama, ich bin's, Helena. Du Mama, kannst du mir bitte noch ein Heft für Biologie kaufen? Die Biologielehrerin weißt du, die supertolle Frau Strube von der 6. Klasse. Also die haben wir auch in diesem Jahr. Die hat gesagt, wir brauchen zwei Hefte. Biologie mit Frau Strube macht mir viel Spaß. Ach ja, und der neue Mathelehrer, Mann, der sagt, wir sollen jeden Tag Mathe lernen. Jeden Tag. Das ist nicht fair. Das finde ich langweilig. Mathe ist wirklich schwer. Jeden Tag. Szeno an. Musik. Michael.